Ich will natürlich als Verstärkung kommen und nicht auf der Tribüne sitzen. Aber klar, man muss natürlich auch seine Leistungen zeigen und bringen. Ich will natürlich unbedingt die Mannschaft verstärken und ich hoffe natürlich, dass sie auch mit mir viele Titel holen können. Ich freue mich natürlich, dass sie auch neue Spieler holen und dass sie auch die Mannschaft verstärkt. Und von dem her freue ich mich natürlich auch auf die neuen Spieler. Dann bin ich nicht nur der einzige Neue, sondern auch ein paar andere. Und wenn man auf dem Feld Leistungen zeigt, dann gibt der Trainer das Vertrauen. Und ich will natürlich auch dem Trainer das Vertrauen zurückgeben mit tollen Leistungen. Ich hatte natürlich schon Mitleid mit den Spielern, wenn man dreimal hintereinander zweiter Platz wird und dann noch eine gute EM spielt. Also muss man schon sagen, dass sie mental eine sehr gute Mannschaft hat. Und dass sie natürlich nicht hinfällt und wieder aufsteht. Und ja, ich hoffe natürlich, dass sie nächstes Jahr überall mit dem ersten Platz siegen können. Ja, die Vorfreude ist da, von dem her freue ich mich natürlich am Dienstag anzufangen und endlich wieder Fussball zu spielen. Und von dem her ist eher Vorfreude da als ein Kribbel im Bauch. Ja. 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 Ja.